Moin Leute, willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance und wir sind hier immer noch bei Samuel, bei der Höhle und wir behandeln ihn mal. Die Verbände sind mit Blut durchdringend. Ich muss sie wechseln. Und ich brauche etwas, das die Heilung erhebt. Zumindest Ringe, damit sich nichts entzündet. Und Wasser brauche ich. Matthäus meinte, in der Nühe werde ich fündig. Okay. Ah, vielleicht sollte ich eine Facke mitnehmen, ne? Oh shit, was passiert da? Haha. Ich weiß auch nicht, was da passiert. So. Habe ich die Achse jetzt weggesteckt? Ja, ne? So, Kollege. Du willst hier herkommen? Irgendwie. So, nicht, Kollege. So, nicht. Warte, was bringt das Katerbier? Ich weiß nicht, was gibt es hier? Ich habe trunk. Aha. Wir püllen nochmal die Pfeile. Eigentlich sind diese Tränke. Na, egal. Ich gehe jetzt erstmal mit der Fackel hier rein. So, geht das auch schon viel besser. So, was suche ich nochmal Wasser? Genau. Das ist ein Eimer. Aber kein Eimer Wasser. Ist hier ein Eimer Wasser? Ne. Hier ist aber Wasser. Das heißt... Kann ich nicht den Eimer nehmen? Warte mal. Ähm. Habe ich selber einen Eimer? Das Hundefleisch ist eh nicht mehr gut. Deswegen können wir das auch mal wegmarschen. Hm. Ne, aber wir müssen nochmal gucken. Also diesen Eimer können wir dann nicht nehmen und hier Wasser schöpfen. Das ist auch nur irgendetwas komisch ist. Gehen wir mal weiter rein. So, wo geht es hier lang? Ah, okay. So, Wasser habe ich. Ich gucke mal auf die Karte. Wo ich die anderen zusammen besorgen kann. So, hier unten sitzt Ringeblumen. Hier ist Leinen. Der muss auf jeden Fall, glaube ich, raus. Da kam einfach gerade ein Gegner. Ich hoffe, der kam jetzt nicht. Ich hoffe, jetzt kam nicht noch einer. Ist ja ganz schön nicht nice. Ich weiß nicht, wo genau kann ich die Leinen finden. Die sind hier auch theoretisch. Oder? Unbekannte Trank nehmen wir auch mit. Ich meine, wer hätte nicht gerne unbekannten Trank, ne? Ich weiß nicht. Vielleicht können wir ihn erstmal wandeln. Ah, okay. Aber wo kann ich die Leinen finden? Warte, hat er Leinen mit? Wahrscheinlich keine Leinen mit. Groschen nehme ich natürlich mit. Ist klar. Aber Leinen hat er auch nicht. Und wo sind denn hier Leinen? Ich sehe hier keine Leinen. Oder sind hier hinter Leinen? Ne. Dann gehe ich vielleicht auch erstmal Ringe umsuchen. Hm. Wie groß ist denn der Bereich, wo ich das... Ah, ja. Dann bewege ich mich mal Richtung... Dort unten. Schön mit der Fackel. Ja. Such. Ja, gut, mit der Fackel sehen wir natürlich ein bisschen was, aber... Oh, hier ist was. Oder? Nö. Oh. Hat er wohl was gefunden? Ich habe ein Nest. In der Bremse. Ja, was bringt mir ein Nest? Wo ist er jetzt? Ist er weg? Wacht doch. Oh, schade. Nein. Die Fackel einmal weg. Hey. 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 Will auch gar nichts machen. Hat er schon irgendwas gefunden? Warte mal. Pack jetzt doch nochmal die Fackel. Mach ich die mal an. So wie jetzt alleine. Ich weiß jetzt wenigstens wie die Ringeblumen aussehen. Ich weiß jetzt wenigstens wie die Ringeblumen aussehen. Aber ich frage mich, wo ich die Leinen finden kann. Ich frage mich, wo ich die Leinen finden kann. Das frage ich mich. Noch mehr Ringeblumen. Ich suche jetzt mal ein bisschen auf eigene Faust. Ich suche jetzt mal ein bisschen auf eigene Faust. Mal sehen, ob ich hier etwas erschniffelst. Mal sehen, ob du hier etwas erschniffelst. Mal sehen, ob du hier etwas erschniffelst. Ich höre rechts was. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht sehr effektiv ist, was er da macht. Warte mal, sind wir jetzt noch überhaupt im Gebiet drin? Gerade so sollten wir vielleicht umdrehen. Ich weiß nicht, sind hier noch mehr Ringelblumen? Dann können wir einen Ringelblumenaufguss machen. Warte mal, hier sind wir außerhalb des Bereiches. Warte mal. Ne. Hä? Ich bin noch im Bereich drin. Jetzt bin ich im Bereich drin anscheinend erst. Das ist Beinweil. Vielleicht bringt es mir auch was. Ja, ich nehme das jetzt nicht mit. Ich brauche noch mehr Ringelblumen. Hier bin ich außerhalb des Bereiches. Warte mal. Da ist noch ein Gegner. Ah. Vielleicht kann ich den ja überwältigen. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Das ist das. Oh Mann. Oh Mann. Das ist gar nicht so easy. Aufwand. Verdammt. Dann müssen wir wohl nochmal... Nein, machen. Ich hoffe, wir müssen das Wasser nicht nochmal holen. Haben wir das Wasser schon? Ah, verdammt, wir müssen das nochmal machen. Ja, bla bla bla. Ich brauche etwas, das die Heilung anregt. Zumindest dringend, damit sich nichts entzündet. Und Wasser brauche ich. Matthias meinte, in der Miene werde ich von dich. Ja, wir müssen das jetzt nochmal schnell machen. Es war ein bisschen schlecht, dass wir uns darauf eingelassen haben auf den Kampf. Und Wasser haben wir. Gehen wir nochmal schnell zurück. Aber wie können wir Leinen machen oder finden? Hm, ich gucke nochmal. Wild Quest Lock. Sechs Verbände sollten auch gehen. Na gut. Da muss man auch erstmal sechs Verbände finden, ne? Könnte ja machen. Könnte ja machen. Ja, such mal. Mal sehen, ob du hier etwas erschniffelst. Such. Verdammt. Verdammt. Die Spitze sollte einfach mal da bleiben, dann werden wir nicht in unnötige Gefechte reingeritten. Oh. Wow. Ja gut. Ja, komm. Okay, dann werden wir nächste Folge weitermachen. Bis dahinten. Schau. Leute. Ich bin fast als D 84 Bu casual. Ich bin sehr of시�eraten. Ich bin fast als würde man sichere JaUT LOT.